Und willkommen zurück zu Let's Play Max Payne. Wir befinden uns hier in diesem, ja, Club würde ich das jetzt nicht unbedingt nennen, Raumort. Und wir müssen weiter. Boom. Yeah, taste my shotgun. Wow. Okay. Mhm. Wenn das kennen wir. Ragnarok. Das ist ja noch mal nichts hier. Einige. Super. Geil. Okay, direkt mit der Granate erwischt. Direkt nur noch einen halben Half-Point. Ja. Egal, macht nix. Tot. Tot, tot, tot. Äh. Ich will gar nicht wissen, wo ich den jetzt getroffen habe. Zack, zack. Einmal so, einmal so. Wissen wir, kennen wir alles. Ingram, Ingram haben wir einiges. Oh, shit. Die habe ich ganz vergessen. Ja, aber nur minimalen Damages. Das ist gut ausgewichtigen. Okay. So. Einer weniger. Nochmal den hier. Boom, 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 boom. Ausgezeigt. Ey, es läuft gerade gut. Ich bin fassungslos. Okay, nicht vergessen. Da oben ist auch noch einer. Oder da oben. Hopp. Man sollte möglicherweise nicht unbedingt ins Feuer rennen. Nein, 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 nein. Das ist ja nicht schlechte Idee. Roast Pain ist nicht gut. Hopp. Ich hoffe, es tat nicht zu sehr weh. So. Okay, dieses Mal haben die beiden mehr Schüsse eingesteckt, aber das macht nix. Kein Bestsellerbuch. Mal schauen wir denn hier. Norsch Mythologie. Ja, gut. Dass das jetzt in Amerika nicht unbedingt ein Bestseller ist, ist eigentlich nicht verwunderlich. Dieses Mal gar nicht getroffen worden. I'm too pro. See my pro skills. Ist das nicht so? Ich glaube... Cool, ich hab den direkt erwischt. Ich werd pro. Ich werd pro. So, der nächste ist down. So oft, deine dämlichen Molotows hier durch die Gegend zu schmeißen. Damit unterstreichst du deine Argumente nämlich schlecht. Schlecht und schlicht. Okay. Autsch. Da hinten ist er. So, der ist down. Toll. Na gut. Wurde ich jetzt zweimal getroffen oder so. Vielleicht hab ich ja Glück und krieg gleich Painkillers. Bei mir persönlich lieber... Bei mir persönlich lieber... Kommt, Leute, als wenn ihr hier keine Schmerzmittel rumliegen habt. Als wenn so ein Club geile Schmerzmittel hat. Okay, vorsichtig. Taktisch... Und präzise. Und diese furchtliche Musik. Okay. Kommt einer durch die Tür. Möchte da jemand spielen? Okay, anscheinend nicht. Aha, ich sehe. Ja, komm, ans Wind. Okay, das war jetzt dezent scheiße. Vor allem, da wir ja dieses Mal schon ein bisschen weiter waren. Okay, mach ich zwischendurch mal Saves. So. So. Tod, tot euch allen. Painkillers. Mission, Shotgun. Cutscene. Ich will alle Cutscenes haben. Weil halt. Und so wird's zur Routine. Gut, erledigt. Like a pro. See my... So. Auch er ist an die Regeln dieses Spiels gehalten. So, halb. Okay, Moment. Ähm, hier nehmen wir jetzt besser mal die Double Ingrams. Damit das Ganze nämlich so ausgeht. Äh, okay, so. Okay, der hat jetzt ein bisschen mehr eingesteckt. Ist der gar nicht... Ach, dann ist der gar nicht da. Ach, der geht dahinter in Deckung. Okay. Gut, weiß ich bestimmt. Hier mache ich jetzt mal kurz erst hier. Boom. Save. Chapter 8. Aber wir wollen nämlich direkt nicht gleich wieder von vorne starten. Das, weil irgendwie müssen wir doch ein bisschen vorankommen, ne? Boom. Scheiße, die Tür sollte vielleicht aufkleinen. Okay. Ach du Scheiße. Okay. Von seinem eigenen Kollegen mit der Shotgun weggeschossen worden. Okay, köstlich. Finde ich gut. Finde ich sehr gut. So, ist da noch einer. Jetzt gerade nicht. Schnelle mal hier hinter. Hoppala. Painkiller und Shotgun. Schön, schön. Wir kommen voran. Direkt nochmal safen. Ich weiß nicht. Ich finde es ein bisschen unpraktisch, dass es hier anscheinend keine Autosave-Funktion gibt. Aber gut, man kann nicht alles haben. Buchs auf die Okkulte haben auf der Tafel gespelt. Ach hier. Buchs auf die Okkulte. Also wissen wir wahrscheinlich. Dieser Lupino ist anscheinend sogar einer, der hier so einen Okkulten-Shield gut findet. Warum auch immer er dann Sterne an die Wand malt. Ich weiß ja nicht, ob das Pentagramme sein sollen. Ah. Okay. Lieber die Ingram. Warum wusste ich das irgendwie? Zu verdächtig. Okay. Hier in den Augen. Kein Stuff. Keine Fallrate. Ich sehe schon eine Granate fliegen. Komm, komm, komm. Irgendwie spiele ich Max Payne 2 ganz anders als 1. Okay. Der scheint down gegangen zu sein. Nutzen wir einfach mal die standardmäßige Pistole. Müssen wir halt ein bisschen öfters feiern. Hoppala. Heilige Kacke. Ja, gut. Das war schon... Das ist schon... Da wird man da verzahlt. Was ist das da vorne? Ach, das ist ein Scheinwerfer. Ich habe keine Ahnung. Was ist das da vorne? Gut. Minimal Painkiller. Kommt, als wenn da jetzt keiner kommt. Oder? Kommt halt tatsächlich. Keine Ahnung. Man muss hier lang. Und damit ich gleich von oben erschossen werde. Oh, shit. Verdammt. Okay, das war jetzt nicht übel. Das war gar nicht übel. Jep. Kannst du ihn überspringen, bitte. Das Satans Werk. Oder Teufels... Das ist toll für das Beitrag. Irgendwie sowas. Keine Ahnung. Bacon. Bacon ist immer gut. Ja, klar. Als wenn er mich durch die Tür trifft. Na, warte. Ey. Plötzlich zu Meisterschütze aufgeschrieben, Leute. Okay, so, so, so. So läuft das. Dieses Mal wusste ich Bescheid. Boom. Yeah. Lassen wir die Party erstmal steigen. Boom, boom, boom. Aha. Ja. Zeitlupe. Okay, hier brauche ich jetzt definitiv ein bisschen mehr Feuerkraft. So. Zack. Manu? Ach so, war eine Special-Todes-Szene. Ich wollte gerade sagen, war, 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 war genial. Oh, shit. Zurück, zwei, zwei, zurück. Na komm. Scheißdreck. Okay, macht nix, macht nix, macht nix. Mal locker bleiben. Books auf die Occult. Die Occulte. So, mach da mal Dirty Harry Style hier. Perfekt. 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 Double Headshot. Perfekt. Perfekt daneben. Dann, 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 dann. Okay. Mies, mies, mies. Wurde getroffen. Nicht gut. Oh, wo ist der Dritte? Wo ist der Dritte? Ach, dahinter ist der. Bomb, 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 bomb. Ah. Und dead. Und dead. Deufernauins. Okay, Leute. An der Stelle habe ich diesen Part ben. Ich danke vielmals fürs Zuschauen, ich hoffe es hat euch gefallen Bis zur nächsten Folge, ciao